ZURIA-Höhle Part 2 Ja, ich hab immer noch keinen Plan, wo wir lang müssen, aber... Wir kriegen doch schon irgendwie ein... Bah! Oh, bin ich auf die Turbo-Taste? Naja... Läuft der noch, ne? Ich dachte... Die Tragoran bin ich ganz vorne hingestellt? Naja... Naja... Mit dem... Ich dachte schon, wir dürften wieder rausgehen. Mit dem Gift will ich mich jetzt hier nicht nur rumquellen müssen. So, ähm... Da waren wir auf jeden schon, aber... Wir können ja trotzdem noch mal gucken, wollte ich sagen. Uh, hi! Du, wildes Rizeros. Schön, dich zu treffen. Schön, dich zu blizzarten. Timer vielleicht auch anstehender schlau. Mensch, unser Dragoan ist seit... Jahren kein Level ab mehr hochgekommen. Obwohl es die ganze Zeit hier kämpft. Hi, Ditto. Ditto, du bist so nutzlose Scheiße. Der frisst Dönerblitz. Mhhh... Das schmeckt. Daaa! Ja, hi. Hallo, anderes Dragoan, ne? Natürlich ist das viel schneller als wir, ey. Hallo? Wie viel Schaden noch? Kann doch ne Wahr sein. Also... Hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Boah, Elektro Ball. Ist gut, ne gute Nachricht ist, bis auf der Ebene, wo Mewtwo ist. Wo wir ja noch gar nicht waren, haben wir schon alles gefunden. Oh, hi. Finale. Tschüss Dragoan, war schön mit dir. Oh. Das hat irgendwie weniger Schaden gemacht, als das von dem kleinen Stein. Mhm. Die... Ich dachte, ich werd heute noch fertig mit dem Spiel. Ich hab schon fast alles gerendert. Bis auf jetzt letzten Part, äh, hier Azurie-Höhle. Den hab ich noch nicht gerendert, den hab ich ja grad vor 5 Sekunden erst aufgenommen. So. Ah ja. Okay. Können wir schon mal zwei Sachen endgültig ausschließen. Da und da geht's auf jeden Fall nicht lang. Versuchen wir's nochmal... Hier. Och, hallo Golbert, ich hab dich ja vermisst. Na, wie ist es dir so ergangen? Ah. So, so. Döner magst du also. Ich auch. Vor allem die statisch geladenen. Oh. Ja, die sind köstlich. Ach. Wo bist du hin? Golbert. Oh. So hässlich. Guckt euch das Viech mal an. Guckt euch mal an, was das für ein Zinken dort im Gesicht hat. Für ne Wurst. Boah, Kopfnuss. Es Kopfnuss uns. So. Und wer hier richtiger dran, hoffentlich. Natürlich. So richtig dran für random Kämpfe sind wir hier auf jeden Fall. Und die Gegner. Wollte ich sagen, sind hier richtig dran für ein... Das zweite Mal. Für einen Feuersturm. Ja, super. Danke, dass du triffst, Tragoran. Das ist wirklich sehr nett. Flapp das Scheiß. Flapp das Scheiß. Okay, irgendeine Skype-Neuigkeit gibt's. Kleinen Moment, das check ich mal. Fragt nicht. Soma hatte sie's besiegt. So, äh tut δ... Hurt, hurt töd... Ach Gott, Tragoran. Wie geht's dir denn? Komm. Friss. Friss den blöden Übertrag. 190. Das ist ja fast voll ausgenutzt, den Übertrag. Das finde ich sehr, sehr nett. Das ist nett. Buh! Lebt das wie ihn auch. Ich will wieder Sachen one-hitten können, wie im Silve Tower. Das waren noch gute alte Zeiten, ne? So vor 20 Parts. Okay, hier sieht's doch schon besser aus, als auf jeden Fall ne Leid... Oh. Oh. Knuddeluff. Nein. Ich hatte mir heute auch noch ne... Wer ist denn mal mit Blizzard? So, ne WoW-Attacke, das ist schon gut, ne? Oder ne StarCraft-Attacke. So ein Blizzard. Puh. Ich hab bestimmt wieder keiner gecheckt. Weil Leute halt dumm sind. Oh, warum gibt's Knuddeluff keine Tausend? Ich find ich jetzt enttäuschend. Äh. Äh. So richtig sieht mir das nicht aus hier. Ne. Eindeutig nicht richtig. Äh, äh, wie lange will ich eigentlich noch rumirren? Äh, ja. Lange wahrscheinlich. Du, 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 du. Gehen wir hier mal wieder zurück und... Äh, da... Äh, da... Äh, gehen wir wieder zurück. Gleich nach... ...Kadabra, das... ...sehr sinnvoll ist. Düm. Ich könnte irgendwie meine Viecher nochmal alle mit Sonder-Bung-Bungs hochfressen. Dann haben wir ja auch kein Problem mehr hier. Ah, nein, das wollte ich ja nicht. Nein, das will ich ja nicht. ...Dragora setzt gleich mal noch mal Stärke ein. Oder ne, Dönerblitz geht auch. Ähm. Leck, leck, leck. Äh. Oh. Ist das irgendwie wieder slow? Hallo? Okay. Mal kurz auf Tobi drücken schon. Läuft's wieder in normaler Geschwindigkeit, wollte ich sagen. Magneton. So langsam wird's hier blöd in mir. Äh. Wir haben keine Forschung mehr. Naja, den brauchen wir gegen Mewtwo ja eigentlich auch nicht. Ich will auch nur Mewtwo fangen. Ist das denn zu viel verlangt? Der eigentlich schon ist Level 70. Das fickt uns den Arsch und dreimal noch sonst wo hin. Wie gesagt, im letzten Part oder was? In diesem, ich weiß es schon nicht. Wenn alle Löcher... Löcker. Wenn alle Löcher Surprise Budsacks überall fünfmal hintereinander ohne Kondom und Gleit. Äh. Naja. Die Höhle macht mich kaputt hier. Das ist irgendwie zum Mürben, da ist das Silvtau und der Felstunnel zu Darnassam. Döööö. Döööö. Daudri! Hallo? Was macht Timurie? Achso. Oh, ist deine Frau schon wieder schwanger von jemand anderem? Oh, Daudri, was machst du denn? Oh. Keine fünf Schritte. Oh, Kadabra. Hast du etwa schon wieder Daudri's Frau geschwängert? Das gehört sich aber nicht. Das macht man doch nicht. Was soll denn da bitte rauskommen? Ein Traumato? Oh. Wo sind wir jetzt? Danke, das sieht doch richtig aus. Ja, wir sind endlich auf der nächsten Ebene. Raichu. So ein fetter Blob. Guckt euch mal das an. Das ist doch kein Raichu. Das ist ein Fettsack. Was habe ich Donnerblitz gemacht? Äh, Donnerblitz? Was ist das? Donnerblitz? Ich bemerke gerade das Level des Raichu. War nix mehr zu lachen hier. Fuck. Du Stragoran. Eieieie. Euler. Es gibt uns eine Chance, nämlich Blizzard zu benutzen. Oh. Elektroball Level 70? Na, komm, 75. 55 ist trotzdem scheiße hoch. Hey, danke, das outspeedet uns. Bitte nicht. Och, das tut nervt. Drei und se- Ne, danke. Das muss nicht sein. Was haben wir hier? Ein Top-Beleber. Oh, hallo, Elektro-Ball, na? Wie geht's? Ja, Elektro-Ball, wo willst du denn schon hin? Ach, zu Dodris Mutter, äh, Frau, whatever. Ja, das scheint ja ziemlich populärer Treffpunkt zu sein neuerdings, ne? So. Hm. Dieser Floor, würde ich mal sagen. Einfach nur so. Einfach nur, weil's geht. Bah, Rizeros. Aber genau das Richtige für dieser Floor. Geht auf Rizeros jeden Tag. Oder Rhydon, wie's ja im Englischen heißt. Rhydon. Rhydon. So, hier unten geht's jetzt lang. Mäh. Zufallskampf. Oh, Heilknogger. Ja. Genauso schönes Opfer wie Rizeros. Vielleicht noch dieser ein oder andere Level-Up vor dem entscheidenden Kampf gegen Mewtwo? Ne, mal davon abgesehen, dass ich einfach einen Meister bei schmeißen werde, aber... Ich wollte ja nochmal versuchen, so einen kleinen Versuch das normal zu fangen. Da könnte das ein oder andere Level-Up nützlich sein. Oh, Charnera. Cool. Hier kann man auch so Charnera fangen. Ich muss nicht sein Glück in der Safari-Zone versuchen. Ihr wisst ja, ich habe irgendwie 6 Bell-Office-Scheiß-Charnera gefangen. Und er hat sich halt getroffen davon. Was sollte das denn, dachte ich mir. Was? Was? Hast du das gesehen? Der Schaden? Oh, je, je, je. Ne. 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 Ne, das mach ich nicht mit. Das mach ich nicht mit. Das, das... Das mach ich nicht mit. So, Knorga. Da bist du dahin, ne. Da siehst du alt aus. Boah. Och, High-Elektro, Alter. Bist du wieder da? Aber... Du hast doch nur ne Quickie, hä? Ging wohl ganz fix. Ach, schon zum nächsten. So, so. Ist die wirklich Explosion... Ein Finale? Oder bilde ich mir das... Ist gut, langsam! Danke. Okay. Puh. Ah. Was haben wir hier? Über... Damit soll man wohl Mewtwo fangen. Mmh. Äh, dada... Ne, komm, U-Tops. Hör auf den uns hin. Nene, nene, nene... nene, nene, nene. Was gibt es hier noch für einen? Ach, Elektroball, ne? Elektroball. Wieder da. So, ich brauche erst versuchen, das anzugreifen. Scheint dann wirklich Explosion und Finale zu haben. Tschüss, nur WilliCut. Oh. Es reicht einfach nicht, oder? Och, Ditto. 65. Es ist klar langsam. Ist gut, ist gut. 65 ist, glaube ich, das höchste, was wir hier gesehen haben. Äh, Knogger, hallo. Na? Alte Keule. Hö. Keule. Kapiert. Ja, ich weiß, der war schlecht. Oh, Raserei. Ich würde sagen, ich schneide es erst mal nach dem Kampf. Also, seid auch nächstes Mal dabei bei der wirklich letzten Folge, hoffe ich. Aber vielleicht wird Mewtwo ein spannender Dreiteiler. Die legendären Vögel wollten ja nicht, also... Wir haben's zählt. bei der Bökel genutzt ist. Vielen Dank.